Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem kleinen Info-Video. Ja, nein, ich sitze diesmal nicht vorm Computer, ich sitze diesmal vor meinem Handy auf einem Kameraständer. Das Ganze sieht extrem seltsam aus. Das Video kommt heute noch, heute ist der 28. Heute kam der neue DLC zu Minecraft Dungeons aus, dieser N-DLC. Ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt. Ich kann es jetzt auch von dem lesen, ich habe jetzt auch keine Lust, da hinzulaufen. Da es gerade zur Zeit bei mir Umbauten gibt, ich ziehe, also mein komplettes Studio bewegt sich in ein anderes Haus, in ein anderes Zimmer. Alles komplett neu und ich wollte euch einfach sagen, dass das jetzt verschoben wird. Das DLC wird kommen, ich werde es heute noch kaufen, alles gut. Aber das Problem ist, das neue Zimmer ist noch nicht ganz fertig. Wir haben heute noch wieder Boden gemacht und alles. Der Schreibtisch ist jetzt fertig, der zweite Monitor muss noch aufgestellt werden und alles. Und das dauert jetzt halt noch so ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis dafür. Und ja, freut euch einfach auf die nächsten Folgen, die ich vor Wochen aufgenommen habe. Wartet, das kann ich nachgucken. Das letzte Video, was ich aufgenommen habe, also das letzte Mal als ich ein Video aufgenommen habe, war am 17.06. Also schon über einen Monat her. Nee, 17.05. 17.05. Mai. 17.05. Am 17.05. habe ich das letzte Mal ein Video aufgenommen. Und da hat es dann alles angefangen, was wir hier abgebaut haben. Ich habe hier jetzt auch kein Mikro vor, deswegen mache ich das über das Handy. Ich habe hier Kopfhörer, Monitor, Tastatur, Maus und Computer. Die VR-Brille und alles ist jetzt schon da. Und dann wird auch alles professioneller. Also ich habe dann bestes Internet. Hier habe ich stabile 6 Mbits. In meinem neuen Studio habe ich dann stabile 500 bis 600 Mbits. Und dann werden die Streams auch mal ein bisschen besser. Und freut euch einfach auf. Ja. Ciao. Ciao.